Hi, ich bin Christina, ich bin Systemische Coach und biete für Musikpool Berlin Coaching für Musikerinnen an. Es gibt viele Anliegen, mit denen du zu mir kommen kannst. Einerseits kann es um Zeitmanagement gehen, Selbstorganisation oder auch um die Frage, wie kriege ich mein Lampenfieber in den Griff. Auch eine Neuausrichtung und Neuorientierung, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, sind wichtige Themen, mit denen du zu mir kommen kannst. Ich unterstütze dich, neue Wege zu finden und dich als Künstler neu zu entdecken. Wenn du Interesse hast, geh auf musicpoolberlin.net.